Der Wendsee befindet sich westlich des Hafelnies, in welchem der märkische Hauptfluss die Hafel aus dem Plauer Seekoment nach Norden abknickt. Der See bedeckt eine Fläche von rund 80 Hektar und hat eine maximale Wassertiefe von 4,9 Meter. Name Der Name Wendsee lässt sich auf die deutsche Bezeichnung für die ortsansässige slavische Bevölkerung zurückführen, die von den deutschen Kolonisten seit der Ostexpansion unter dem Sammelbegriff Wenden zusammengefasst wurden. Der alte, ursprüngliche Name des Sees lautete Kiau-See. So wird er in einer Urkunde aus dem Jahre 1294 Koiwan genannt. Noch 1692 wird die entsprechende Gewässerflur mit dem Namen Kigaue angesprochen. Das Wort Kiau wird dem altpolabischen Worte Sternchen Kujawa zugeordnet, das noch heute in ukrainischen und polnischen Gewässerbezeichnungen vorkommt und mit Brummen, Murmeln übersetzt wird. In dem an das nördliche Ufer des Wendsees angrenzenden Brandenburger Ortsteil Plaue erinnert noch heute die Kiau-Straße an den alten Namen des Sees. Unterscheidung Der Wendsee gliedert sich in den großen Wendsee und den kleinen Wendsee. Letzterer schließt sich im Süden an den großen Wendsee an und geht unter der Eisenbahnbrücke der Eisenbahnlinie Berlin-Magdeburg in die Pfad. Über, die den Wendsee mit dem Wusterwitzer See verbindet, Funktion. Der große Wendsee verbindet die Ortsteile der Stadt Brandenburg an der Havel, Plaue und Kirchmöser West. Er ist Bestandteil der Bundeswasserstraße Elbe-Havel-Kanal mit der Wasserstraßenklasse IV. Der kleine Wendsee ist Bestandteil der sogenannt sonstigen Binnenwasserstraße des Bundes kleiner Wendsee-Wusterwitzer See. Zuständig ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg. Ökologische Situation Durch missbräuchliche Nutzung seitens deutscher und sowjetischer Militärs während des 20. Jahrhunderts wurde das Gewässeröl ökologisch schwer. Geschädigt Auf seinem Grunde liegt noch immer eine kontaminierte und ölige Schlammschicht. Dessen ungeachtet ist das Baden im Wendsee unbedenklich. Verbindungen Im Osten besteht ein etwa 140 Meter breiter Durchlass zum Plauer See, der von der Seegartenbrücke zwischen Plaue und Kirchmöser überspannt wird. Hier endet der Elbe-Havel-Kanal. Der Woltersdorfer-Alt-Kanal, eine Reststrecke des Plauer-Kanals aus dem 18. Jahrhundert, mündet in der nordwestlichen Ecke des großen Wendsees ein. Der neue Elbe-Havel-Kanal verlässt den See an seiner südwestlichen Ecke. Die Fahrt verbindet den kleinen Wendsee nach Süden mit dem Wustawitzer See.